Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Es war eine gewöhnliche Pressekonferenz, wie man sie von Beatrice Egli gewohnt war fröhlich, charmant und professionell. Doch diesmal lag etwas in der Luft, das nicht ignoriert werden konnte. Die Fans, die schon lange spekulierten, ob Beatrice und Florian Silbereisen mehr als nur Kollegen waren, ahnten, dass an diesem Tag etwas Großes bevorstand. Die Spannung im Raum war greifbar, die Kameras klickten unaufhörlich und die Journalisten stellten Fragen zunächst über ihre Musik, über bevorstehende Projekte. Alles schien routiniert, bis plötzlich ein Reporter die Frage stellte, auf die alle gewartet hatten, Beatrice, gibt es etwas, das Sie uns über Ihre Beziehung zu Florian Silbereisen sagen möchten? Für einen Moment schien die Welt stil zu stehen. Beatrice hielt inne, ihr Lächeln wich einer Sekunde der Nachdenklichkeit. Der Raum war plötzlich in vollkommener Stille, jeder Atemzug konnte gehört werden. Ihre Augen suchten kurz den Raum ab, als würde sie überlegen, wie sie antworten sollte. Und dann kam es, ja, es gibt etwas, das ich mit euch allen teilen möchte. Ein Raunen ging durch den Raum. Jeder spürte, dass dies der Moment war, auf den die Fans und Medien Monate gewartet hatten. Florian und ich begann sie leise und sanft, wir sind tatsächlich verliebt. Die letzten Worte schwebten förmlich im Raum, und es dauerte einen Moment, bis das Publikum realisierte, was sie gerade gesagt hatte. Die Kameras blitzten, die Reporter setzten zu weiteren Fragen an, doch Beatrice blieb ruhig. Es war eine einfache, klare Aussage, die alles änderte. Florian Silbereisen, der an diesem Tag nicht anwesend war, hatte sich zuvor nie konkret zur Beziehung geäußert. Doch Beatrices Worte ließen keinen Zweifel mehr offen. Ja, wir sind verliebt, wiederholte sie noch einmal, und in ihrer Stimme lag eine Ruhe, die nichts Dramatisches oder Geheimes mehr verbarg. Doch während die Welt die überraschend Bestätigung verarbeitete, wurde die Geschichte hinter dieser plötzlichen Ankündigung immer spannender. Viele fragten sich, warum jetzt, warum so plötzlich, und wie lange waren Florian und Beatrice bereits zusammen, bevor sie es endlich öffentlich machten? Als Beatrice später von einem neugierigen Journalisten gefragt wurde, wie lange die beiden schon ein Paar sein, lachte sie leise. Wir sind schon seit einiger Zeit zusammen, gab sie zu. Aber wir wollten diesen Teil unseres Lebens für uns behalten, bis wir uns sicher waren, dass der Moment gekommen ist, es mit der Welt zu teilen. Die Spannung löste sich allmählich auf, doch die Fragen blieben, wie hatte sich diese Liebe entwickelt, und warum hatten sie sich entschieden, es so lange geheim zu halten? Beatrice erklärte weiter, Florian und ich kennen uns schon so lange. Wir haben zusammengearbeitet, sind durch dick und dünn gegangen, aber irgendwann haben wir gemerkt, dass da mehr ist. Es war eine natürliche Entwicklung. Ein Raunen ging erneut durch den Raum, als Beatrice über ihre gemeinsame Zeit sprach. Es war keine schnelle Romanze, kein plötzliches Auflammen der Gefühle, es war etwas Tiefes, das über die Jahre gewachsen war. Wir haben uns die Zeit genommen, unsere Beziehung zu erkunden, ohne Druck von außen, fügte sie hinzu. Und das war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Die Fans, die in den sozialen Netzwerken die Nachricht live verfolgten, reagierten begeistert. Endlich! Schrieb ein Usa auf Twitter. Wir haben es doch immer gewusst. Ein anderer kommentierte, das ist der Moment, auf den wir gewartet haben so eine wunderschöne Bestätigung ihrer Liebe. Doch dann kam der Twist, den niemand erwartet hatte. Als die Fragen nach den zukünftigen Plänen der beiden auftauchten, etwa ob eine Hochzeit bald folgen würde, lächelte Beatrice geheimnisvoll. Oh, das kann ich euch nicht sagen, antwortete sie mit einem Augenzwinkern. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass unsere gemeinsame Reise gerade erst begonnen hat. Ein erneutes Raunen ging durch den Raum. War dies eine Andeutung auf mehr? Würde es in naher Zukunft vielleicht noch größere Neuigkeiten geben? Beatrice ließ die Antwort offen, doch ihre Worte hatten ausgereicht, und eine Welle der Begeisterung unter den Fans auszulösen. Am Ende der Pressekonferenz sagte Beatrice noch etwas, das die Herzen der Zuschauer berührte, die Liebe ist nicht immer einfach, aber sie ist das Schönste, was einem passieren kann. Florian und ich sind glücklich, dass wir diesen Schritt gemeinsam gegangen sind, und wir freuen uns darauf, was die Zukunft für uns bereithält. Diese unerwartete Offenbarung ließ alle Anwesenden in einem Zustand der Euphorie zurück. Die Geschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli, die so lange ein Rätsel gewesen war, hatte nun einen klaren Höhepunkt gefunden und dennoch schien es, als ob dies nur der Anfang einer noch größeren Liebesgeschichte war. Während die Fans weiter spekulierten, was als nächstes kommen könnte, hatten Florian und Beatrice eine deutliche Botschaft gesendet, ihre Liebe war echt, und sie waren bereit, sie mit der Welt zu teilen auf ihre eigene, ruhige und dennoch kraftvolle Weise.